Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute switchen wir ein bisschen ab, mal hier und so weiter und so fort. Viel Content in einem Video wieder. Mal gucken, was erstmal die HTK kriegt. Die ersten Segnungen sind auf jeden Fall Schmutz gewesen. Bedeutet, wir müssen noch ein paar mehr draufziehen. Wir hoffen natürlich Angriffskrank gegen Bosse oder AW. Das wäre sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Mädchen reingekriegt, aber das drehen wir natürlich weiter. Ist leider Gottes auch Schmutz geworden. Dann wieder ein paar Segnungen nochmal draufhauen und jetzt haben wir Gott sei Dank vier Angriff Bosse gekriegt. Somit ist die Kette halt über 100 Won wert und damit haben wir auf jeden Fall gut Profit gemacht. Dann habe ich Smuggies mir für die restlichen Segnungen geholt und habe einfach 50 MAW reingekriegt. Ziemlich ärgerlich, während das andere, ja O-Ringe wäre das ziemlich geil gewesen, aber auf Smuggies will man halt einfach keine MAW haben. Jeder versteht auch warum, weil ganz ehrlich D ist es und Stärke braucht man nicht als Magie-Klasse, ganz einfach. Ja, nächsten Smuggies habe ich dann auf jeden Fall auch genommen. Ein paar Segnungen draufgehauen in der Hoffnung, dass wir da was Gutes reinkriegen und naja, da kam jetzt leider Gottes nichts. Dann nochmal ein paar Bänder durch hier den Appen, weil ich ein paar Hydratruhen aufgemacht habe. Unten seht ihr die magischen Steine, die ich gekriegt habe und das sind die Bänder, die ich dann noch über hatte. Die hatte ich dann auch geabt und die Quote war an sich ganz okay im Gegensatz zu sonst. Also manchmal habe ich wirklich Tage, da habe ich 5 Versuche und 5 Schlangen Fail oder sowas. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Dann holen wir einen Exe-Dia hinterher, der geklappt hat, freut mich. Und was für Bonis hat der Stein? Ja, ja, Gottes, mein Gott, im Brick gibt mir doch Widerstand, FK ist blöder Stein. Ach, die Dias, die gönnen in letzter Zeit bei mir einfach überhaupt nicht. Aber naja, machen wir weiter mit einem Exe-Jade hinterher. Vielleicht kriegen wir jetzt den Perfekten, der leider fehlsteckt und Crap ist. Bedeutet, wir müssen nochmal einen zweiten Brilli anschaffen hier. Und ja, gut, mal gucken, ob er dieses Mal klappt. Und ja, was soll ich sagen, er hat geklappt. Ja, sehr gut und jetzt gucken wir mal, was für Bonis hoffentlich nicht blank. Das wäre RIP und er ist, naja, TPA, wäre da wenigstens noch TP drauf gewesen. Dann wäre es kein Miese gewesen, aber so ist das leider trotzdem Miese. Dann habe ich hier Zodiac-Deutsche für jemanden auf plus 9 probiert. Leider Gottes, Fegeschlang, sorry Bro, aber hätte ja klappen können. Als nächstes dann nochmal Exe-O-Nix hinterher. Der hat Widerstand-DB, bedeutet wieder 150 Won in die Tonne geworfen. Ja, bis jetzt ist das Video Alchi-technisch einfach eine pure Katastrophe. Exe-Rubin hinterher, auch Fegeschlangen, wieder 200 Won in die Tonne. Das ist natürlich schmerzhaft und ja, manchmal ist Alchi so, dass es einfach überhaupt nicht gönnt. Und man muss dann natürlich immer weiterprobieren und einfach wieder Fegeschlangen. 400 Won durch die Rubine sind in die Tonne geflogen. Jetzt kann Rein-Tritch noch ein Perfekter uns retten für alle Alchi-Steine in dem Video, die wir verkackt haben, wortwörtlich. Und jetzt ist er Exe geworden. Hoffen wir auf gute Bonis. Komm und gib uns einen guten Exe-Rubin. Und er hat gar nichts. Ja, was soll man sagen? Nochmal 200 Won miese. Also bis jetzt über 1000 Won miese in dem Video. Jetzt nochmal ein Exe-O-Nix, der blank ist. Also nochmal 150 Won. Langsam tut's richtig weh. Aber ich kann einfach nicht auffinden. Ich bin süchtig nach Alchemy. Jetzt haben wir einen Stein mit Widerstand-DB. 150 Won. Miese wieder. Weiter geht's dann mit was anderem. Auf jeden Fall kein Onyx. Aber wir tauschen auf jeden Fall ein Onyx. Es geht doch weiter mit einem Onyx, so gesehen. Gegen ein paar Alastortruhen. Also indirekt habe ich dann mein Won bekommen, was ich wollte, wenn ich die Alastortruhen für ein Won pro verkaufe. Also damit bin ich mehr als zufrieden am Ende. Dann versuchen wir das Reit hier noch zu leveln auf Level 35. Ich hoffe, das funktioniert und es hat Gott sei Dank geklappt. Jetzt fehlen uns nicht mehr viele Level. Dann ist das Reit hier auch soweit fertig. Ebenfalls gebe ich derzeit wieder ein paar HTKs ab. Da habe ich in letzter Zeit wieder richtig Bock drauf, so ein bisschen Himmelstränschmuck abzugeben. Ich zeige euch natürlich nur die erfolgreichen, damit ihr das seht, was am Ende reingekommen ist. Dann kaufen wir hier nochmal ein Exe-Jade für 350 Won. Probieren nochmal ein Exe-Dia hinterher. Und der ist jetzt perfekt. Immerhin Einstein, der uns hier was gegönnt hat. Mein Gott, das ging aber auch in die Hose. Dann einfach nach der zweiten Grusel-Pad-Kiste ein Rain-Pad gezogen. Damit hat sich das schon gelohnt, die Dinger zu machen, gefühlt. Und ich hoffe, das geht demnächst so weiter. Dann haben wir auf jeden Fall gefühlt unendlich Aufheberpads am Start. Wäre geil. Dann ist die erste HTK auch fertig geworden. Die zweite HTK auch. Da ist fünf Mädchens reingekommen, wenn ich es jetzt richtig lese. Und ja, was soll ich sagen? HTKs abgeben ist mit das Beste, was man derzeit machen kann. An sechsten, siebten Boni. Deswegen mache ich das. Und bis jetzt ist nichts wirklich Besonderes reingekommen. Vielleicht kommt noch Tag X, dass was Gutes reinkommt. Titan-Gürtel auf plus sieben getriet. Geklappt. Mega nice. Somit haben wir da nochmal fünf Slots, glaube ich, mehr im Gürtel-Inventar. Ein Mob mehr, ein bisschen Death mehr. Das ist natürlich mega nice. Dann nochmal ein paar Onyx hinterhergeknallt. Die gehören übrigens nicht mir als Hinweis. Also, die habe ich gekriegt von jemandem. Für ihn soll ich upen. Und ja gut, hier haben wir zwei Brillis am Start. Bedeutet natürlich, wir tryen den Excel-Stein. Und er hat geklappt. Mega nice. Und jetzt gucken wir, was wir für ihn geupt haben. Er sah so lala aus. Er hat, ja, Blocken, Pfeile ausreichend. Ist jetzt nicht so Bruch. Aber da kriegt man halt so 70, 80, 90 Won trotzdem für. Jetzt nochmal die ganzen Dias von ihm upen. Da ist natürlich einiges am Start. Er hatte viele Loopies. Und da bin ich dann natürlich auch für ihn gerne reingegangen. Weil Dias ist derzeit eh nicht so mein Stein, meiner Meinung nach. Auch wenn wir zuletzt einen perfekten hatten. Aber hier sieht es jetzt relativ, naja, aus. Vier Brillis haben wir. Fünf Brillis haben wir. Jetzt wieder einer fehlgeschlagen. Der nächste hat auch geklappt. Come on, der letzte muss auch noch klappen. Wir haben einfach sieben Brilli-Dias hier im Inventar. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Zwei perfekte. Ein Blanker. Wieder ein Doppel-FKs. Also drei Stück. Vier Doppel-FKs. Wenn man sich überlegt, ich habe aus sieben Stück vier Doppel-FKs. Es gab, wäre das meine Exe-Quote, wäre das mega nice gewesen. Aber naja, gut. Was haben wir für ihn gehabt? Widerstand-FKs. Magische Verteidigung, Angriffswert. Ganz okay. Darüber hat er sich auf jeden Fall mega gefreut, dass es am Ende so gut war. Ja, dann haben wir hier 40 MAW, glaube ich, in die Kette gekriegt. Ist leider ärgerlich. MAW in HTKs. Ist auch nicht, glaube ich, gefragt. Und nochmal hier. Ein bisschen Bosse hat mich geärgert, dass es keine vier oder fünf sind. Dann wäre die Kette richtig was wert gewesen. Aber mit drei Bossen ist es leider kaum ein Aufpreis. Noch eine HTKs fertig geworden mit Crab-Bonies. Dann haben wir hier wieder ein Boni. Dann haben wir hier Eiswiderstand, fünf Sekunden. An sich der Boni ist nicht schlecht, meiner Meinung nach. Aber den nutzen halt einfach viel zu wenige Leute. Dann haben wir hier ein paar schimmernde Muschen aufgemacht. Mal gucken, wie viele schimmernde Weiße wir rauskriegen. Jetzt müssen wir noch Seite 1 gucken. Und ja, was soll ich sagen. War nicht so die gute Ausbeute. Eine hatten wir ja vorher im Inventar. Also das hätte deutlich besser ausgehen können. Dann haben wir noch ein paar goldene Nori-Truhen aufgemacht. Weil ich habe so viele Deadside aufgekauft. Da dachte ich mir, komm, ich mache einfach mal ein paar auf. Weil ich ein paar magische Steine gebrauchen könnte. Und wollte einfach mal gucken, wie die Quote so ist bei den Truhen. Und naja, bis jetzt sieht es nicht so überragend aus. Tigerknochenohrringe brauche ich tatsächlich überhaupt nicht. Ja, die Lava-Höhlen-Echse braucht man auch nicht. Da ist der erste magische Stein. Das hat mich sehr gefreut. Ja, am besten wären so fünf magische, vier magische. Dann sind wir relativ neutral. Magische Nummer zwei ist rausgekommen. Dann kriegen wir noch den dritten magischen Stein. Gegenstand verzaubern. B und Plus kommen da ja auch raus. Steine Schmieds kommen da auch raus. Hier ist der nächste magische Nummer drei. Einfach drei Chor mystisch hintereinander. Magische Nummer vier. Auch mega nice. Hat mich sehr gefreut. Somit ist die Quote erfüllt gewesen für mich. Alles andere ist jetzt noch Plus an magischen Steinen. Und da ist auch noch der fünfte gekommen. Also die haben sich wirklich gelohnt. Wenn man sich überlegt, die Truhen kosten ca. 70 Kaka pro und Magische Steine 8 bis 9 worden. In dem Sinne lohnt sich Noribis 70 Kaka, 80 Kaka zu kaufen, um da magische Steine rauszukriegen. Titanengürtel nochmal auf Plus 8 getriet. Ein paar Mal unten. Für verdammtes Schild habe ich auch noch ein paar Tries am Start. Mal gucken, ob da was funktioniert. Zweimal fehlgeschlagen. Schauen wir mal jetzt das Schild auf Plus 9. Come on. Geh endlich hoch und immer noch nicht. Irgendwann kriege ich es hoch. Keine Sorge. Titanengürtel Nummer drei Versuch. Und der hat auch fehlgeschlagen. Ja gut. Und Gürtel generell ab mir ist ziemlich, ziemlich schwer. Dann habe ich nochmal versucht mit den Switchern, die ich aus den ganzen Truhen gekriegt habe. Weil ich habe ja noch viele Silberne geöffnet und so weiter. Da kamen an sich schon gut Magische Steine raus. Am Ende waren es glaube ich 36 Stück, die ich hatte. Ich hatte in einer Runde sogar 8 Magische Steine aus 200 Silberne. Das ist schon crazy für die Truhen. Wenn ich mir belege, früher hatte ich einen Zweierschnitt bei 200. Und jetzt habe ich einen Vierer, Fünfer Schnitt im Durchschnitt gehabt. Aus 200 Jutonuri. Das ist schon sehr, sehr nice aus den Silbernen. Hätte ich nicht gedacht. Und ich werde die auf jeden Fall für 36 Won im 200er Steck verkaufen. So gesehen braucht man dann einfach nur den Vierer Schnitt erfüllen. Und dann kriegt man ja die Truhen relativ gut. Verkauf der Zeit. Ja weiter geht es dann hier mit dem Switchen. Der Zodiabogen wollte nicht. Die restlichen Verzaubern. Plus dachte ich mir, ziehe ich auf ein Verdammnis, also auf mein Verdammnis Schild. Weil an sich bin ich noch nicht ganz zufrieden. Bin ich ehrlich. Die Bonis sind generell sehr geil, meiner Meinung nach. Ich könnte rein theoretisch jetzt im Aura-Gewand ein, ja eine HTK reinmachen, weil ich AGO im Schild habe. Aber ich bin nicht ganz zufrieden. Ich hätte lieber 10 Halbmenschen da drin. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm ich ziehe die Verzaubern plus auf das Schild hier. In der Hoffnung, dass wir was Cooles kriegen. Aber bis jetzt sieht es einfach nicht so gut aus. Und ja gut, jetzt haben wir hier den letzten drauf. Auch nichts geworden. Schade drum, hätte ja klappen können. Zu guter Letzt dann hier nochmal die Core-Mystisch aufmachen. Um ein paar Legis rauszukriegen. Eventuell ein Legi-Dier haben wir. Kriegt dann nochmal ein Legi-Dier. Das ist ganz okay, würde ich sagen. Die restlichen Core-Kostbar habe ich jetzt aufgespart. Aber naja, sei es drum. Und ich hoffe, das Video hat euch an der Stelle mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, würde mich freuen. Und falls ihr Bock auf den Server-Tagors habt, meldet euch gerne bei mir in Discord. Dann sende ich euch ein paar Kost zu. Ansonsten würde ich sagen, haut herein. Euer Simply. Ciao, Freunde.